Ähm, also es sind nicht so schlecht aussehen. Warte, am Schluss bist du auf dem Goldrocker, gell? Und dann blau, hellblau... Warte, wenn ich hellblau gehe, dann gehe ich da hoch, gell? Ja. Ja, genau, dann geht er wieder hoch. Das heisst, ich muss sobald das Wasser hier runter ist, wenn ich jetzt stehe, muss ich vom hellblau weg. Ja, und du musst sofort... Du musst wieder auf den Fielett. Ah, scheiße. ARD Text im Auftrag von Funk Es ist gar nicht geil. Yes! Ui, Glück. Es ist gar nicht geil. Kannst du nicht touchen? Was? Was haben wir getan? Wieso? Was haben wir gemacht? Uuuuh! You have been sent 200 million years into the past. What the fuck? Ich bin doch gar nicht berührt. Oh, haben wir eine Zeitmaschine ausgelöst? Oh. You have torn a hole in time and space, I have to fix it. Ah, okay. Jetzt sind wir eine Stunde zurück gestatzt worden. Nein! What the fuck? Es gehört alle aus der Story. Ähm, jetzt gehen wir mal zum Harold reden. Ich bin Harold, es geht durch die Glocke auf. I like cats. Einer steht da drauf. Einer geht dort rein. Ja, so. No, man! Nein, aber das ist eh... Also... Jetzt kommt der Wege raus. Ja, ich komme raus. Ich gehe... Da... Jetzt gehen wir zwei da rein. Jetzt kommst du raus, Rock. Ich bin einfach noch eingesperrt. Jetzt ist die Tür auf. Jetzt kommst du wieder nicht rein, Mega. Wo, wo, wo? Da? Jetzt hier rein, gut. Der Rücken kommt raus. Jetzt. Der Wege kommt raus. Ja, genau. Einer geht hier rein. Einer geht hier rein. Und der andere geht dort rein, wo es einfach raus ist. Aha, I have fixed it. Welcome back. Ah. Voll geil. Ich habe doch gedacht, das kann so sein. Also wir haben da irgendwie mit der Zeit herumgespielt und haben das einfach irgendwie ausser sich zurückgeschickt. Ui. Ich habe nichts kaputt gemacht. Ich habe nichts kaputt gemacht. Ich habe nichts kaputt gemacht. Ausser das ist die Glasscheibe. Was ist das? Ah, da hat das Schilder. Da ist ein bisschen. Also... Guide the water to the four corners of the room. Also wir müssen das Wasser in die vier Ecken leiten. Also wir müssen das Wasser in die vier Ecken leiten. Unlock den Tor. Was? Also... Können wir hier noch etwas... Start with this corner? Water release. Ich mache mal water release, hm? Ja, das wäre mal gescheit. Ah, das ist so eine Art, so eine Mosaikenart. Und da hat es so Pressureplätze bei Wohlenblöcken. Okay, jetzt zunächst mal den Violet. Ja, genau. Ja, genau. Du... Oh shit, das wird kompliziert. Jetzt? Wenn du jetzt die Violette weggehst, dann unterbrechst du es ja wieder. Ja, genau. Ja, genau. Also, nach dem Violet... Dann... Dann... ...kommt die Grün... Oder ist es schwarz. Nägelbier schwarz hier, oder? So weit kommt er, glaube ich, gar nichts. Nein, nein. Kommt er so weit? Schau mal, wo einstehen. Rock oder Vega. Ja. Da hat das Loch. Ja, ja. Ob es da runter fliesst oder nicht. Ja, mach mal. Nein, kommt zu wenig weit. Also, der schwarze ist die einzige Option, weil dort fliesst er weiter. Also... Dann schwarz. Also... Also... Also drücke ich jetzt schwarz. Okay. Dann schaue ich schnell. Okay, geht weiter. Ähm... Bleibt drauf. Ich muss drauf bleiben. Ah, sorry, 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 sorry. Ähm... Jetzt fliesst er... Äh... Auf drei Blöcke, wo... Oh, wo ich nichts machen kann. Scheiss. Ähm... Blau. Sonst will ich blau oder... Ah, das war Gold. Ah, das war blau. Ja. Ja, geht weg. Und dann müsste einer weiss übersprinten, oder wie sehe ich das? Warte mal. Weiss war gerade neben dir, neben dem Fiolet. Ah ja, stimmt. Das ist klar. Okay, und nachher musst du... Ah, du musst nachher auf... Du musst nachher auf Gold. Ist gut, genau. Also. Okay, okay. Ja. Ja, ja, ja. Jetzt schauen wir zuerst mal, was nachher passiert. Ja. Aha, ja. Okay, ja, wir müssen zuerst mal schauen. Dann geht er da rein. Das kannst du so nicht sagen. Das kannst du so nicht sagen. Also ich bin jetzt bei dem Schwarzen. Also. Dann musst du auf hellblau. Genau. Und dann muss... Oder hat es noch einen anderen hellblau, weil ich noch besser dazukomme? Nein, komm ich nicht. Oh, shit. Müssen wir da... Mega Seckel. Dann muss ich auf weiss rüber und den Rücken auf gelb. Ja. Okay. Also drei, zwei, eins. Gang rüber. Ja. F blau. Hellblau. Oh, shit. Das geht mega schnell. Ah. Ah. Das Wasser bewegt sich. Oh, shit. Das muss super schnell sein mit dem Timing. Oh, da ist eine Zahl. Siebne. Ja, stimmt. Siebne. Siebne. Ah, welche Zahl haben wir schon von zwei? Siebne. Siebne. Ah. Ich glaube, wir haben verkackt mit der Zahl. Am Schluss irgendein Rätsel kommt jede Zahl und so. Shit. Ähm. Also es sind nicht so schlecht auszusehen. Ich glaube... Am Schluss bist du auf dem Goldrocker, gell? Und dann... Blau... Hellblau... Warte, hast du... Wenn ich hellblau gehe, dann gehe ich da hoch, gell? Ja. Ja, genau. Dann gehe ich da hoch. Das heißt, ich muss sobald das Wasser da runter ist, wenn ich jetzt stehe, muss ich vom hellblauen weg. Ja. Und du musst sofort... Du musst sofort... Du musst wieder auf ein Violet. Ah, scheiße. Ich... Weg vom Gold oder was? Ich muss dann wieder zum Violet rüber. Und dann musst du wieder auf den hellblauen. Ja. Und dann wieder auf Gold. Shit, wir müssen da hin und her. Dann... Ja, aber den hellblau kann ich auch übernehmen. Nein. Nein, du musst auf diesem bleiben, aber... Nein, das wäre nicht so gut. Nein, das wäre nicht so gut. Nein, du musst aber auf diesem bleiben. Und dann wahrscheinlich hier in das Loch hinterher, würdest du ihn behaupten. Weil hier ist der Redstone. Im Ecken. Ja, genau. Aber es hat geheißen, wir sollen da starten. Ja, egal. Wir können irgendwo starten, im Fall. Ist egal. Also wir wollen alle vier Corners eigentlich machen. Und wenn es halt bei dem schon weiter sind, dann machen wir doch den. Ja, ja, das ist gescheit rein. Also Violet, haben wir noch Zeit? Violet. Gold. Ja, jetzt lasse ich uns doch mal fleissen. Ja, schwarz. Also dann müssen wir es erstmal fleissen. Also hellblau. Jetzt geht der hellblau hoch. Jetzt muss ich auf weiss, und dann muss der Rock auf gelb, und du musst weg. Ja, genau. Nachher voll hellblau. Ja, aber ich muss erst warten, bis das Wasser weg ist. So, jetzt muss ich weg. Jetzt blau weg. Jetzt wieder drauf. Ja, es ist jetzt spart gewesen. Ja, es bleibt vier. Scheisse. Also nochmal vier. Okay, nochmal. Das geht. Ja, es ist leider nicht spart gewesen. Schon gut, schon mal. Ich hoffe, den auch schon gut aufstehen. Ja. Also drei. Nein, eins. Ah, es spart. Ah, der blau. Ich muss früher noch vom blauen weg. Das ist das Problem. Ja, du musst früher weg. Ja, ich dachte, ich muss recht knapp. Aber es ist nicht so. Also. Schwarz? Schwarz. Ah, sorry. Ja. Ja. Los. Jetzt wäre nochmal blau. Ja, ich glaube, wir haben es. In den Ofen. Ja. Warte. Wo ist es? Ja, wir haben es. Yes. Nice. Next one. Oh shit. Gut, dann würde ich sagen, schau mal recht bei dem. Oh, wie sie ausgesehen. Ich habe es noch in den anderen. Aber kannst du das Wasser nicht noch? Nein, ich glaube es im Fall nicht. Schalte bitte mal auf Fiolet. Ah, du kannst abstellen. Der ist Wasser abgeschossen. Ja, ich wollte schauen. Gibt es da. Ah, warte. Da ist der Dings gekommen. Der Himmelblau da. Da können wir etwas machen. Mit dem? Mit dem, wo ich jetzt bin. Oder ist das so falsch? Also startet es immer mit Fiolet. Ah ja. So das eine blaue. Ja, genau. Schau nochmal auf den anderen. Rokko, schau mal bitte auf die dort hinten. Oder stehen wir mal auf beide blauen. Rokko, komm mal zu. Aha, nein. Ist das... Ah ja, warte. Das sind beide die gleichen blauen. Ja, das sind beide die gleichen. Und die sind auch dort gleich. Das ist so türkis. Ah, das sind alles türkis. Das sind die. Also ich gehe mal rüber. Schau mal schnell, Rokko. Was passiert in der Mitte? Ah, schau jetzt. Läuft jetzt drüber. Wo? Gut, nachher müssen wir grün. Ah, der bleibt. Machen wir jetzt z.B. Sagen wir mal die Corner. Der bleibt sogar in der Mitte. Haben Sie gesehen? Dann gehen wir jetzt mal von da aus. Der bleibt jetzt so? Ja. Ah, geil. Gut. Also, ähm... Ah, das ist, weil der Wasserverlauf unterbrochen worden ist. Ja, genau. Also dann mal mal grün. Schau mal, was passiert. Also wir brauchen sicher... Orange? Mhm. Orange? Wo gehst du? Wo gehst du? Äh... Geh mal auf das grün. Schau mal. Ah, sie ist dunkelblau. Ah, die geht da hinten runter. Und was passiert jetzt? Ah, da wird einer. Das ist nicht richtig. Ah nein, warte. Aber auf der anderen Seite auch. Da sind sie mega nahe. Ah, da, da! Wasser fliesst! Wasser fliesst! Orange! Orange! Ah, und hier können wir nur Dings brauchen. Einen eisigen. Hast du es geschafft? Haben wir einen eisen Block? Ja, sorry. Wir haben es fast gemacht. Ja, wir haben es fast geschafft. Ja, wir haben es fast geschafft. Ja, wir haben eben auch noch einige. Also nochmal grün. Jetzt mache ich jetzt grün. Ich gehe nachher zu orange rüber. Okay. Dann gehe ich ein. Zieht auf blau. Okay, wir haben beide... Ah, auf das blau. Das ist interessant. Und jetzt hast du, glaube ich, dein eisigen machen müssen. Ja, wo ist der? Ja, dort vor, wo du wohnst. Nein, aber niemand. Ich sehe einfach keinen. Aber vorher ist ja einer gegangen. Mach mal. Jetzt fliesst es? Nein, jetzt ist es natürlich weg. Du musst drauf bleiben. Du musst schnell rücken. Hm. Jetzt sind keine eisigen oder etwas. Jetzt sind ein hellgeräuer. Kannst du schon etwas schauen? Woher bin ich von dem weg? Es fliesst! 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 Ja, sehr schön. Du musst es weggehen. Du musst es weggehen, ja. Okay. Aber schau mal. Tönt es gleich nochmal machen. Am Anfang. Ähm. Was er jetzt gemacht hat. Kann ich grünen? Ähm. Jetzt fliesst es hier runter. Schau. Hier unten hat es einen Eisenblock. Wenn der wegkommt, dann könnten wir den hier machen. Aber ich glaube das funktioniert so gar nicht. Ähm. Ähm. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich will mal schauen. Was ist ein Diamant? Ja genau. Wer ist richtig fliesst? Ah. Die kann man blockieren. Richtung dunkelgrau hier. Hier. Hier kann man dunkelgrau. Ähm. Ich kommst du mal auf dunkel drauf. Mit den Lapis. Ich kann neben dran. Ich kann neben dran. Ich kann neben dran. Mach den auf. Es fliesst! Mach den auf. Lapis. Hm. Ah. Jetzt habe ich gerade durch auf Lapis. Ja nein. Ich bin noch auf dem. Wie heißt du weiter? Ähm. Welche Richtung? Ah. Jetzt müssen wir braun noch machen. Nach dem Lapis noch braun. Ja. Nachher müssen wir noch braun. Du bist gleich beim braun. Kannst du nachher noch für braun? Ah ok. 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 Also ja. Ok. Ok. Ich bin auf Diamant. Du musst jetzt auf Grau. Genau. Das ist der Grau. So. Ich muss jetzt auf Lapis. Ja genau. Und jetzt kommt braun glaube ich. Ja braun braun. Und jetzt weg weg weg. Ja genau. Sehr schön. Wir haben es. Heiss. Noch einen. Noch einen. Ja. Jetzt müssen wir auch das Wasser nochmal. Normal. Etwas müssen wir jetzt mit Pink machen. Warte mal. Gehen wir mal alle drei auf Pink. Wir sind ja drei für Pink. Warte. Willst du schnell schauen? Gehen wir alle auf Pink einfach mal. Weil drei rum sind. Ah. Ich bin drauf. Didi. Tut sich das Wasser vielleicht mehr verändern? Nein nein. Dann geht ihr erst Pink runter. Dann geht ihr erst Pink runter und hoch. Warte. Kommen wir mal schnell rein. Willst du schnell schauen was da mit Pink passiert? Ja. Der eine geht auf einen runter. Der andere habe ich gar nicht gesehen. Ja. Das ist natürlich... Sind es beide da? Nein. Es ist nur immer eine. Es ist einer auf einen runter. Okay. Den müssen wir dann auch schnell sehen. Auf jeden Fall. Also. Also. Hier ist Pink. Dann geht es hier durch. Dort ist Eisen. Dann ist ein Hellgrau. Dann ist ein Hellgrau. Dann ist ein Hellgrau. Da unten hat es nur. Einer wo ein Blocko weit unten ist. Dunkelkühle. Ja. Komm mal. Schau mal schnell was mit dem passiert. Dann geht er weg. Dann geht er weg. Dann geht er weg. Also. Dann müssen wir mit. Grün. Blau. Dunkelviolett. Ja. Dann haben wir vorne noch Dunkelviolett weiter. Grün. Warte. Wieder Dunkelviolett. Ja. Nein. Warte. Doch doch. Es geht auf die andere Seite. Falsche Grün. Die rosa hat nichts mehr zu tun. Nein. Schau mal. Oder wir nehmen Grau. Nein. Das stimmt schon was wir jetzt machen. Ja. Weil die Optionen haben wir nicht. Ah. Wenn ich da drauf stehe. Nein. Der neben dran. Du bist im falschen. Ja. Der andere Violett. Andere Violett. Ja genau. Okay. Ich bin vielleicht verliert. Blau muss jemand machen jetzt. Okay. Ich mache jetzt blau. Ich habe mir blau gemacht. Dann kannst du wieder auf den Violett. Jetzt fließt es und jetzt Violett. Jetzt müsste Violett. Du musst Violett. Violett, Violett, Violett. Geradeaus. Dort? Dort wo du sie bist. So jetzt fließt es. Und jetzt geht es hier draussen rum. Jetzt müssen wir wieder Dunkelviolett. Hä? Ja das kann schon sein. Eben das geht nachher nicht auf. Ich weiss nicht wo die durchgeht. Da 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 da. Es läuft. Es fließt. Es fließt. Roserot. Oh. 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 Ah du bist falsch. Schon spart. Ah ok. Das heisst wir müssen am Schluss alle wegkommen. Äh alle beim. Wenn wir alle drin stehen. Was passiert denn? Gerade in der Erste. Da geht einen auf und einen runter. Jetzt stehen wir alle drin oder? Nein ich stehe jetzt nicht. Geh mal rein. Ich auch nicht. Also. Wenn alle drin stehen. Geht der Erste auf und gehen wir alle wieder raus. Und dann geht er wieder raus. Ja genau. Ok. 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 Ich gehe einfach auf blau. Ok. Jetzt bist du blau. Und du bist beim Violet. Im Dunkelviolett. Nein. Hell vielleicht. Hell oder dunkel? So. Jetzt ist es schon gut. Pink, 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 pink. Jut, jut, jut. Nein grau fällt noch weh. Nein wir sind schon durchgekommen. Es läuft kalt wieder zu. Nein es ist spart. Es kommt es kommt. Nein. What the fuck. Was für das Trost. Hey hey. Ich weiss dich. Oh man. Also nochmal. Dunkelviolett. Das habe ich. Ich habe alles bis jetzt begreift. Aber D-check ich habe gar nicht. Ich habe nur geplant. Ich habe nicht zugeplant. Ich will eben nicht alles gesehen. Jetzt kommt hellgrau. Ah der ist zwischen den Teuchbeinen. Der ist zwischen den Teuchbeinen. Der ist zwischen den Teuchbeinen. Gut. Wer gut rein tut. Pink. Ich bin zu wenig schnell. Soll ich den Teuchbeinen? Es kommt. Es kommt. Wo gehts? Ah scheisse. Scheisse. Noch mal vor. Nicht kleine Kinder. Wieso? Wieso auf Stauern im Sandkasten nicht? Nicht zu grau oder? Ja. Ich sehe es aber gar nicht. Grau. Warte machen wir grau. Jetzt wird erst beim Logos hier vielleicht. Ja voll. Und dann müssen wir schon bei Pink sein. Dann müssen wir auch so schnell bei Pink sein. Oder warte mal. Kann man den irgendwo unterbrechen? Roka. Was ist Ihnen gefallen? Stehen wir hier rein. Irgendes in ein pinkes Feld. Es ist ja nichts zwischen hier rein. Passiert das? Nein nichts. Nein. Wir müssen alle hier da sein. Aha. Wir stehen an der Mitte. Wir stehen an der Mitte. Schauen wir weiter. Nein. Wir müssen alle drei. Nein. Aber wie soll das gehen? Wenn du so weit weg sind möchtest du grün. Ja. Also warte mal. Der grün ist ja ganz am Anfang. Das heisst wenn ihr jetzt da reinsteht. Steht ihr mal drinnen? Dann muss ich blau. Geh mal auf blau. Nein nein nein. Ich gehe jetzt auf blau. Nein. Blau und Filet. Wenn ich jetzt rüberkomme. Auf Grau. Ja und jetzt musst du auf Grau. Nein. Jetzt müsste der Rot gehen auf Grau. Wieso sind wir zu langsam? Roserot. Roserot. Ah shit. Ja. Ja. Ich habe es gesehen. Ich habe das Wassergelöck. Wenn der Weg gerade. Gerade zum Pink rübergeht. Gerade wenn wir bei Grau sind. Gerade wenn wir bei Grau sind. Genau. Ich gehe in den ersten Weg. Und ich gehe dann in die Mitte. Ich gehe dann in die Mitte. Weil du einen weiteren Weg hast. Genau. So ist es gut. So funktioniert es. Ah. So ist es gut. So ist es gut. Jetzt hat es sich gerade verteilt. Jetzt kannst du in die Graue rein. Wer geht in die Graue? Wie du? Ja. Also ich komme rüber. Es ist viel früher, wenn du loszubringen. Aha. Ja ja. Es ist viel früher. Es ist noch ein Flies? Nein es ist zu weit hinterher gekommen. Es sollte nicht so weit hinterher. Sobald wir eben gerade bei Grau ankommen. Es sagt der Rücken los. Okay. Es spätet sich dann eine Sekunde. Okay. Ich gehe jetzt zum Grau. Ich gehe jetzt zum Grau. Es war wieder zu früh. Früher? Ja. Äh. Spät meine ich. Was ich? Immer zu spät. Okay. Ja gut. Also du. Sonst trocken sagt. Jetzt gehst du rüber und hast zuerst schon mal losgelegt. Okay. Du musst nicht bis einen Sekunden für später den Tag draufstehen. Weil er hat nur einen weiteren Weg. Ja. Bis er da ist. Ah. Ist es schon wieder vorbei. Okay. Ja gut. Ich gehe jetzt rüber. Ja fast. Fast. Es reicht fast. Ich habe ein bisschen. Jetzt bist du nicht zu lange. Ja genau. Also wenn du rüber gehst. Kann ich wirklich schon weg sein. Ja. Also wenn ich jetzt auf den Grau gehe. Kann ich direkt nachher gerade wieder weg. Ja. Okay. Okay. Warte. Schau mal. Ich gehe weg von Blau. Echt mal zu schauen wie ich auf Grau stehe. Was passiert. Ja. Dann kannst du direkt weg. Ah das ist noch besser. Ja. Das ist noch besser. Dann machen wir es. Warte ich versuche es. Jetzt wirklich nur ganz kurz antippen. Also nur kurz gehören. Okay. Gut. Ich gehe weg. Ja. Du musst nur schnell einfach wieder raus. Ja voll. Also dann muss ich recht früh anfangen. Okay. Eben dann gibst du mir ein bisschen. Also sobald ich los gehe, gehst du rüber dich. Also ja. Oder ich. Ich gehe. Oder er oder locker. Ich gehe los. Oder so weit. Ja. Ist gut. Ist gut. Und nicht weg. Nein. Er ist wieder retour. Ein bisschen zu langsam. Ein bisschen zu langsam. Nein. Ist auch nicht gut geschafft. Sag wenn du gehst nachher. Also. Äh. Also. Ich gehe jetzt. Okay. Los. Ah. Nein. Ich bin jetzt reinkommen. Scheisse. Aha. Nein. Es ist vorne dran gestaut worden. Ja. Okay nochmal. Also. Ich gehe jetzt. Ah. Ah. Jetzt. Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Hä? Er kommt erst. Er kommt erst. Nein. Nein. Ich glaube den Weg muss noch etwas früher los sein. Ja. Also. Sobald ich rauslaufe, dann bewegen die mich. Ja. Also nein. Vielleicht wenn du auf halbem Weg bist. Erst dann gehen wir raus. Ja. Wenn das wäre. Also. Okay. Mach mal. Also wir genau gleichzeitig da kommen. Also. Dann mach mal. Jetzt gehe ich raus. Ich habe gedrückt. Ich bin jetzt Rosaroff. Nein. Das geht nicht. Das Wasser ist gestoppt. Ich bin zu schnell. Ja. Nein. Ich bin zu früh raus. Also. Ich muss wirklich schnell sein. Also. Sprinten und kommen. Dann müssen. Okay. Also. Ich gehe jetzt. Wo ist das Wasser jetzt? Hä? Okay. Jetzt müssen wir das mal schnell anschauen. Was mir falsch machen. Ja. In etwas ist mein Blau im Fall. Der Blau blockiert hier oben. Ah. Der Blau blockiert viel zu schnell. Weisst du. Du musst vielleicht gleich nicht hier oben. Ah. Wobei. Vielleicht muss er nicht zu schnell werden. Nein. Du musst. Du musst. Du musst. Du musst den Grau reinnehmen. Ja. Ich mache ja immer den Grau. Achso. Also. Mach jetzt einmal Wasser. Also. Also. Ich mache vier. Jetzt die ganze Zeit. Und nachher Grau. Ja. Jetzt fliesst es. Es fliesst. Es fliesst. So. Und jetzt wäre Grau. Aber wenn ich rausgegangen. Was passiert dann? Ja. Dann wird es gestoppt. Dann wird es gestoppt. Bevor es bei mir gestoppt. Ah. Dann musst du ein bisschen länger bleiben. Das Restwasser fliesst. Einfach nur da durch. Ja. Ich fahre den falschen Ohr durch. Ja. Aber eben das. Wir müssen. Ich glaube es. Noch schneller sein. Das andere. Du musst schnell sein. Okay. Also. Ich muss einfach mega schnell rüber. Also. Ich gehe jetzt. Es läuft. Weg. Yes. Geschafft. Nice. Ist es hier aufgegangen? Oder war es vorher schon offen? Was? Vorher offen? Ja. Da sind wir schon. Ja. Da sind wir ja schon. Okay. Ja. Captain. Arschgeigen. Wir haben alles gemacht. Ja. Harald. 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 Ah. Nein. Nein. Warte. Wir sind nicht hier reinkommen. Vorher waren hier drei Blöcke. Wo du sagst. Was ist hier? Sind es die? Ja. Ich glaube es. Ich glaube ich würde da rausnehmen. Ja. Warte mal. Kannst du mal schauen was da unten ist? Ja. Ja. Vorher bist ja du in so eine kleine Rehle reingelaufen. Ah. Schau da ganz weit. Ja. Ich weiss ja nicht mehr was dort gewesen ist. Ah ok. Also klar. No plan wie das passiert ist. Ah. Ja. Ich habe keinen Plan. isch. sehr viel W trouw des Aimeensers. Die Corona war los, Sitarre, Eigentum das Glück. Okay, jetzt wird ein coolerer H everytime. Vielen Dank.